willkommen zurück meine lieben freunde zu herr der ringe online herzlich willkommen viel spaß bei diesem video so wir haben hier am fluss eine zerbrochene oder aufgebrochene kiste gefunden weil wir suchen nämlich die zwerge und denken dass sie in schwierigkeiten geraten sind hier in barachens lager reden und denen davon erzählen dass wir diese kiste gefunden haben bin gespannt ob wir die zweige finden werden so Ihr habt die Kiste gefunden, die meinen Zwergen bei sich trugen. Ich hatte gehofft, dass ihr mit den Steinen zurückkommen würdet. Doch eure Geschichte klingt, als hätte sich jemand anderes mit davon gemacht. Das ist unverzeihlich. Wir müssen sie finden, Wurmundier. Sorgt für Fürst Gläuen zum Gespött der Leute. Bleibt stehen und hört euch meine Geschichte an. Das Unglück war wohl über meine Gefährten gekommen. Jetzt mögen meine Zwerge verloren sein. Doch die Steine, die sie bei sie hatten, können den Dieben auch wieder abgenommen werden. Und das müssen wir tun, Wurmundier. Als ich von Gläuens Lager zurückkehrte, um meine Gefährten zu treffen, sah ich eine große Anzahl von Höhlenklauen entlang der Straße. Insbesondere nördlich davon. Barachen berichtet, dass sich die Ruinen der Feste Durgon ebenfalls in der Nähe befinden. Alte Festung von Rudau würde Höhlenklauen anlocken, denn dieses Ungeziefer blinkt Steine. Möglicherweise hat derselbe Wahnsinn, der sie aus ihren Höhlen getrieben hat, sie dazu gebracht, bewaffnete Karawanen anzugreifen. Herrje, die gestohlenen Steine wären eine solche Beute, welche die Höhenklauen veranlassen könnten, in Horden aufzuprauchen. Würdet ihr die Feste Durgon erkunden und nach Hinweisen auf die Steine suchen? Wie viele Bestien behält der Rudelanführer vorzüglichsten Stücke meist für sich? Und das wären diese Steine. Vielleicht überleben sie sogar in ihrer fauligen Höhle. Okay, wo ist denn die Feste? Aber heißt... Gestohlene Steine. Ah, okay. Gucken wir mal. Was wir machen können, ob wir diese Steine finden. Also, man hört schon, dass er seine Zwerge hat ja schon aufgegeben. Jagdrausch. Böhnklauen dazu. Das,كون Ed. Kann ich vielleicht unter inhibeze von den Teichname? Ja,�� und nur sie machen. Böhnklauen temperaturen. Das... 같은데? Böhnklauen dazu. Wastag wird schwepiert. Wastag wird da wieder aufh tutor. Frage, das sind die aber nicht, oder? Sonst hätten die ja keinen Ring mehr über den Kopf. Jetzt ist die Aufgabe doppelt, ist auch nicht schlecht. Das ist die Aufgabe. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. das ist ja cool direkt schon mal einen ruhen stand meiner meiner ist eigentlich nicht erst besser ist das besser so jetzt ist die frage ob jetzt habe ich ja so viel getötet auf irgendjemand von diesen durchsucht die feste droge nach den geschulden steinen guck mal hier ist ein zwerg hallo ok weisbart was machst du hier das ist eine beleidigung seid ihr hier um zu helfen ein vorsichtig freund eine gewaltige höhenklaue hat sie getötet den rest meiner zwerg zittert vor erschöpfung der riesenhafte höhenklaue hat uns angegriffene nachdem die drolle die steine die wir mit uns würden online da kommen sie alle da ist die Ihr habt erfolgreich Toki Weisbart verteidigt. Was hat das zu bedeuten? Vielen Dank, ich glaube nicht, dass ich es länger ausgehalten hätte. Ihr sagt, Heitu Eisenfaust habe südlich von hier bei einem Elbzuflucht gefunden. Ich werde zu ihm gehen, wenn ich etwas ausgeruht bin. Bitte, ihr müsst die Trotte finden, die die Steine gestohlen haben. Die haben uns hierher geführt, doch ich glaube, ihr Lager liegt weiter östlich der Straße entlang. Ich komme hier auf dem Weg, ruhe dich aus, Weisbart. Er tritt den Bogen. Nein, sie wollen das sehr gut machen. Um order, Ähm, wo ist dein Teil? Hast du ihn gerade bekommen? Da spinn ich jetzt. Oh man. Oh man. Linnah. Na, ich glaube, ich habe mein Ziel gefunden. Oh, alte Bögen voraus, das ist, ihr wisst, die Straße, ist auf jeden Fall ein Elben, mal gucken, was da ist. Bleibt noch einen Moment. Hey, Govanen, Fremder, ihr seid hier im Bögen von Versailles und kommt interessanterweise aus dem Süden statt in der Richtung. Meiner Erfahrung nach sind die meisten Landerer hier nur auf der Durchreise, so wie auch ich. Ich werde nicht lange im Bogen bleiben. Ich habe mich auch nicht als Unterhalte. Der Elf lächelt kurz. Aber ich habe ja meine Manieren vergessen. Lasst mich diesen Makel gleich beheben. Ich bin Aravethron und ich kam vor einiger Zeit im Auftrag von Elrons Söhne hierher in den Bogen. Ah, ihr kennt sie? Dann wollen auch wir beide Freunde sein, da wir ein gemeinsames Ziel haben. Die Wildnis für alle guten Leute sicher zu machen, die hier leben. Es ist euch hoffentlich keine große Bürde, mir zu helfen, denn ich muss etwas erledigen, aber ich habe es auch später verschoben. Wir sollten uns zuerst den Gefahren stellen, die uns hier in Mithresail begegnen und dann könnt ihr mir vielleicht ein Wettel. Was benötigt ihr? Ella dann hat euch geschickt, nicht wahr? Schreibt, dass ihr uns bereits geholfen habt und vertrauenswürdig seid. Sehr gut. Wenn ihr nichts dagegen habt, könnte ich eure Hilfe durchaus gebrauchen. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ihr steht im Schatten der Ruinen von Esrildir, Fremder. Einst war es eine große Festung meines Volkes, aber nun ist es heruntergekommen und verfallen. Diener des Feindes haben sich ja hinter die einst mächtigen Mauern geschlichen und den Ort geschändet. Ihr wollt unsere Sache dienen? Dann lichtet ihre Reihen und ich werde euch weich dafür entlohnen. Haltet auch nach dem Hauptmann Ausschau. Ich habe gehört, er soll ein bösartiger Schläger sein. Interessant dann. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Aufgaben. Aber hier kommen wir zum Ende, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich über euer Abo. Und nächstes Mal wieder einschalten, wenn wir weiter auf unsere Reise gehen. Danke fürs Zuschauen. Meine Lieben, bleibt gesund. Bis dann, euer André. Und ciao. Aboi! Aboi!